Moin, ihr Spackos. Hier kommen die Witze des Sages. Heute Männer- und Frauenwitze. Ein Mann geht im Wald spazieren und trifft eine wunderschöne Fee. Die Fee sagt, heute ist dein Glückstag, denn du hast drei Wünsche frei. Der Mann äußert seinen ersten Wunsch, ich möchte einen Penis haben, der 50 cm lang ist. Die Frau schnitt mit dem Finger, der Penis des Mannes ist 50 cm lang. Nun, wie ist dein zweiter Wunsch, fragt die Fee. Und der Mann sagt, beim Sex möchte ich immer mindestens eine Stunde lang durchhalten können. In Ordnung, sagt die Fee, schnitt mit den Fingern. Dann fragt sie, was ist dein dritter Wunsch? Der Mann überlegt kurz und fragt dann, also ich hab wirklich noch einen Wunsch frei. Ja, sagt die Fee, insgesamt drei Wünsche. Okay, sagt der Mann, umdrehen, bücken. Tino zu seiner neuen Freundin, du hast echt drei geile Löcher, nur eins labert mir zu viel. Ein Pärchen beim Sex, sie fängt an zu stöhnen. Ja, ja, gib's mir, sag mir dreckige Sachen. Ja, Küche, Bad, Wohnzimmer. Ja, stöhnt beim Moralsex. Oh, ja, boah, Schatz, das ist super. Wenn du jetzt schluckst, kriegst du einen Pelzmantel. Sie schluckt, wirk, was, wie, was hast du gesagt? Ja, ach, vergiss es. Das war's für heute, macht's gut, bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.